Guten Morgen zum Review-Podcast zum Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. 1 zu 1 ist das Ganze ausgegangen. Und ja, Laune ist nicht unbedingt besonders hoch, weil das Spiel war im Großen und Ganzen ein absolutes Not-gegen-Elend, ein absoluter Schrott-Kick. Das wird auch mal als Außenstehender quasi betrachtet. Absolut Not-gegen-Elend, der Platz beschissen, aber auch keine Ausrede für das Spiel. Und einfach am Ende verdient es 1 zu 1, leistungsgerecht. Was aber einfach traurig ist, wenn du leistungsgerecht gegen Pauli 1 zu 1 spielst, weil es ist no disrespect, aber Pauli ist halt stich und greifend nicht gut. Das hast du gesehen, die können nicht im Ansatz irgendwie kicken. Konnten wir heute aber auch nicht, oder haben wir heute auch nicht gezeigt. Daher verdient es 1 zu 1. Direkt nach sieben Minuten der Wechsel, Kämpf raus, Verdacht, oder jetzt kommt mittlerweile auch bestätigt, Kieferbruch. Das ist auch ein harter, harter Schlag gewesen. Fällt auch wieder sechs Wochen aus oder so. Und Kieferbruch ist echt ekelhaft aus. Gut, kommt da, oh Gott, wie heißt er, Miyachi, glaube ich. Konnte von Pauli auch nicht viel für. Hätte man von mir aus gelb zeigen können. Brüch war heute jetzt, ich sag mal, okay. Hatte schon schlimmere Spiele bei uns oder von uns gepfiffen. Ja, einfach schade. Jetzt fährt er auch wieder für sechs Wochen aus. So ist das auch in der Halbzeit drin geblieben, was mich gewundert hat. Aber da hat es anscheinend einen Mittelhandbruch. Mal gucken, inwieweit das irgendwie jetzt ihn beeinflusst, dass das irgendwie auch noch ausfällt. Da sind wir mal gespannt drauf. Und ja, so im Schnitt würde ich sagen, die ersten zehn Minuten waren ganz gut von uns, kamen gut rein. Und die letzten 10, 15 Minuten waren auch gut. Auch allgemein das Spiel ein bisschen peppiger. Aber sonst muss man echt sagen, war das Spiel technisch und vom Angucken her absoluter Müll. Vielleicht übertreibe ich gerade auch, aber ich fand das absoluter Müll, dieses Spiel. Wir hatten auch nicht groß viele Chancen oder so. San Pauli auch nicht. San Pauli hatte in der ersten Halbzeit eine Riesenchance, die aber dadurch quasi, blöd gesagt, keine Chance mehr im Ganzen wurde oder im Endeffekt war, weil der Schuss, glaube ich, auch vom Selben, vom Yatschi, glaube ich, komplett beschissen war. Da war auch komplett frei, hätte locker mehr draus machen können und müssen. Und dann noch die große Chance, wo Clement den Kopfball ersetzt aus ein paar Metern. Der kriegt noch gut Druck drauf dafür, dass er keinen richtigen Sprung drin hat, keine richtige Wucht hat. Keeper hält ihn richtig stark aus dem großen Winkel. Dann kommt Gomez noch ran, der ihn vielleicht aus dem Winkel reinspitzen konnte, aber sah relativ anspruchsvoll aus. Dann geben wir in die Halbzeit nichts Besonderes. Wirklich kein besonderer Fußball wieder das aus, was man bei Heidenheim bemängeln konnte. Sehr viele technische Passfehler. Sobald der Gegner dir quasi auf den Füßen stand, unkontrolliert und irgendwie einfach nicht gut reagiert, vom Nien-Eins-gegen-Eins-Gang. Und auch allgemein vom Gefühl her einfach irgendwie körperlich, kämpferisch unterlegen vom Gefühl. Und dann kommt das Tor irgendwann, dass man sich vor allem mit der Entstehung von dem Tor einfach nur verdient gefangen hat. Ein beschissener Ball von Mangala war es, glaube ich. Bitten in die Mitte und Ball verloren. Das wurde schon beim Bambinis kriegst du dafür gefühlt. Einige Watsch, wenn du solche Bälle spielst. Dann lässt sich da der Stenzel abkochen, komplett lachhaft abkochen. Und dann macht es der Wehrmann da, heißt er, glaube ich, macht es gut. Dasselbe Dude, den ich auch bei St. Pauli so ein bisschen quasi gekannt habe oder halt gewusst habe, der macht die Kischen. Deswegen war er bei mir auch auf dem Trailer-Thumbnell drauf. Aber das war halt billig und einfach, wenn man das Tor kassiert hat. Der Schuss am Ende und die Drehungen waren gut. Das war schon auch nicht mehr verteilt, aber in der Entstehung einfach billig und schlecht. Wo ich auch drauf kommen muss, so bester Spieler, sage ich jetzt mal, fand ich auf jeden Fall Massimo. Der hat, übrigens der Einzige, der man mal gesehen hat, der hat Aktionen, der traut sich nach vorne, der geht ins Eins gegen Eins. Später auch war mal Geduckert, die gehen ins Eins gegen Eins, die haben da Lust drauf. Aber wer wirklich auf einer anderen Wellenlänge schlecht war und auch früher raus ist, war wieder mal Klement. Das ist halt einfach schade. Ich habe von dem in unserem Trikot noch nicht eine einzige gute Aktion gesehen. Das ist vielleicht übertrieben, aber zumindest habe ich auf jeden Fall kein einziges gutes Spiel von Klement gesehen in unserem Trikot. Noch kein einziges. Wer drin geblieben ist bis zum Ende, aber vergleichbar schlecht war, war Förster. Weil man irgendwann in irgendeiner Phase, ich glaube, so 60. bis 70. oder sowas, wo der komplett unterirdisch war und alles, was er mit diesem Ball angestellt hat, purer Müll war. Wirklich ganz verrückt. Der braucht, glaube ich, auch safe mal eine Pause. Das spielt er auch die ganze Zeit durch. Weil wenn du merkst, du einfach, der ist vielleicht kämpferisch da und Tempo und so ist auch ein bisschen da. Aber der hat auch bisher noch nie ein Tor geschossen, das quasi gewollt war. Das Ding gegen Nürnberg, wo er zu Hause das Tor gemacht hat, war irgendwie gerade so durch die Beine durch, obwohl er den viel lockerer in irgendeine Ecke hätte platzieren können. Das beste Beispiel ist das 1-0 gegen KSC. Wir fallen gerade nur die zwei Tore ein. Vielleicht sind es auch die einzigen, bin mir aber gerade nicht sicher. Das 1-0 gegen KSC, wo der Schuss in Richtung Eckfahne gegangen wäre. Aber irgendwie glücklich abgefälscht wird, dass er reingeht. Vor allem in Sachen Abschluss hat er absolut null und gar keine Technik. Null. Zumindest zeigt er sie nicht. Es war einfach enttäuschend. Es ging wenig bis nichts da vorne. Es war, böse gesagt, zurück zu Walter und gefühlt kein Tempo im Spiel. Standfußball. Keiner bringt Schwung nach vorne. Wenn man jemand die Möglichkeit hätte, Schwung nach vorne zu zeigen, wird es dadurch geblockt, dass keine Sau mitgeht zum Beispiel. Und dann am Ende kam das typische VfB-Ding. Gemerkt, fuck, wir haben nicht mehr so lange. Dann kam dieser eine lange Ball. Warmeke Duka macht stark. Geht er vorbei, legt ihn durch. Ganz alles, er ist richtig gut durch. Dann kann der Kommiss quasi gefühlt ins leere Tor schieben. 1-1. Schön gemacht. Dann wurde es nochmal peppig. Deswegen die letzten 10, 15 Minuten waren gut. Die ersten 10, da waren wir im Spiel richtig drin und haben aber was nach vorne gemacht. Der Rest war aber halt wirklich nicht gut. Es war nicht gut. Das kann mir auch keiner das Gegenteil beweisen. Pauli hat uns 1000% einfach auf ihr Niveau bis, wie gesagt, einfach runtergezogen. Weil Pauli war auch nicht gut. Das ist ein absoluter Acker. Pauli ist für mich der Bolzplatz-Klub schlechthin insgesamt. Und das war einfach, ja, schlecht. Und gegen so eine Mannschaft dann leistungsverdient 1-1 zu spielen, ist dann einfach böse sagt nicht genug für den Aufstieg. Also das Spiel heute auf jeden Fall nicht. Das Spiel heute auf jeden Fall nicht. Wenn du leistungsgerecht gegen so eine fußballerisch, technisch unterirdische Mannschaft wie St. Pauli leistungsgerecht 1-1 spielst, weil wir es eben genau auch waren. Wir waren auch technisch und fußballerisch unterirdisch heute. Dann reicht es halt, wenn sich dann St. Pauli hinten reinstellt, 90 Minuten lang gefühlt, mal ein paar Akzente setzt nach vorne, gleich viel oder sagen wir mal gleich wenig, wie wir nach vorne machen. Dann geht das Spiel verdient 1-1 aus, dann kann er noch eine große Chance oder eine große Möglichkeit von González, die dann ähnlich beschissen verwertet wurde wie diese erste große Chance von Pauli, von Miacchi, nämlich einfach mit 2 kmh unplatziert aufs Tor. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber hätten es auch nicht verdient gehabt heute zu gewinnen. Das 1-1 geht vollkommen in Ordnung. Geht scheiße, dass Kempf ausfällt für sechs Wochen. Mal gucken, ob Sosa ausfällt, überhoffen es mal nicht. Ich habe gesehen, wieder irgendwelche sexistischen Banner von, ich glaube sogar derselben Gruppe wie auch schon gegen Heidenheim, wo auch Banner aufgefallen sind, also dem selben Fanklub oder selben Ecke quasi mal der Fangruppe da. Das muss einfach nicht sein. Ich weiß nicht, was das soll. Für sowas steht der VfB nicht. Das muss nicht sein. Das ist völlig hirnrissig und unnötig. Ich weiß nicht, was da auf einmal in der Winterpause passiert ist. Solchen Gruppen dann bitte lieber einfach Bannerverbot geben oder wie auch immer man sowas formulieren oder dann halt quasi den verpassen kann als Verbot, weil das geht nicht klar. Aber wir haben jetzt 35 Punkte, der HSV 34, Bielefeld 38. Genau, der HSV spielt noch am Montagabend in Bochum. Ja, Bochum. Mal kurz absichern. Wir haben ein Spiel in Bochum. Die sind ja auch irgendwo da ganz unten unterwegs. Auf 15. Hannover heute der 2-2 gegen Wiesbaden. Last-Minute-Ding noch. Das Spiel noch im Kursschluss getreten. Dann doch noch 2-2. Und dann hat Kiel beim KSC gewonnen. Die sind also auch voll unten mit dabei. Also wir meckern rein von den 3, die abgestiegen sind in der Bundesliga, meckern wir schon auf sehr hohem Niveau. Und jetzt guckt Nürnberg 17 da nur vor 13. Nürnberg kann noch Punkte holen morgen zu Hause gegen Sandhausen. Und werden damit halt auch irgendwo auf 13, 14 am Ende. Also sind wir lange nicht. Auch wenn es erstmal 2-2 ist, das werden wir wahrscheinlich nicht bleiben, weil er aus Hamburg vermutlich in Bochum gewinnt. Die sind aber auch zwar ganz unten dabei, aber wir werden vermutlich gewinnen. Fürth kann auf einen Punkt an uns, oder ne, stimmt, die haben schon gespielt. Heidenheim kann auf 2 Punkte an uns ranrücken. Genau, das sind so die nächsten Konkurrenten. Es bleibt weiter spannend, es bleibt weiter eng. Beim nächsten Wochenende das Heimspiel gegen Aue, was wichtig wird, die jetzt Bielefeld 0-0 abgerackert haben am Freitagabend. Deswegen war es auch wieder klar, dass wir diese Top-Chance quasi, oder diese gute Vorlage nicht genutzt haben. Hätten wir gewonnen, hätten wir heute 37 Punkte. Also da wären wir auf einen Punkt an Bielefeld dran. Und Hamburg könnte nur noch punktgleich sein mit uns. Das wäre schon noch ein Ticken geiler tabellarisch, aber es bleibt weiter spannend. Der Aufstieg oder Aufstieg sowie Nicht-Aufstieg sind noch lange nicht durch. Noch lange nicht. Aber jetzt kommen wir erstmal Leverkusen am Mittwoch, wo noch ein Preview kommt und ein Podcast kommt und noch eine Live-Reaktion kommen wird. 18.30 Uhr. Wenn man so spielt wie heute, sehe ich da nicht wirklich viele Chancen, dass wir da irgendwas mitnehmen in Leverkusen. Bin ich ganz ehrlich. Aber Leverkusen ist auch keine Bundesliga-Mannschaft, die unschlagbar ist. Deswegen habe ich trotzdem Bock, weil Bokal immer noch was anderes ist. Es ist einfach ein cooles Feeling, wie ich mir gegen Bundesligist und sowas. Vielleicht kriegt man es dahin, da eine Leistung zu bringen, wo wir zumindest mal lange das Spiel offen halten und vielleicht ein bisschen Sensationshoffnung mit drin ist. Ist ja immer dabei. Jetzt kann ich auf jeden Fall Bock drauf. Die Live-Stream-Reaktion wird auch geil, bockt sich immer. Und ja, das wird noch ein langer Weg. jetzt haben wir ja noch einen eingekauft gehabt, den Mola, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube Mola war es, kommt von der Chelsea, U23, ich glaube 400k oder sowas, haben wir die gezahlt, also nicht der Rede wert. Stimmt, wenn ich die ganze durchscrollen, noch eine geile Kurie von unseren Fans vorm Spiel, richtig nice. genau, Mola, Clinton Mola spielt laut Transfermarkt der E-Spieler im Mittelfeld, kann aber auch Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen, also defensiv variabel einsetzbar und nach den Verletzungen wird er dann vermutlich auch schon gegen Leverkusen im Kader stehen, gehe ich mal davon aus, oder zumindest mal nah an den Kader ranrücken. Mal gucken, wie viele von dem sehen werden, es ist ja scheinbar ähnlich oder vom Transfer her ähnlich wie der Transfer von Koulibaly damals, auch von einem großen Klub, jung, aber von dem sieht man auch quasi nichts, sind wir mal gespannt, da waren auch andere Top-Klubs dran oder große Namen-Klubs wie AC Mailand, mittlerweile kein wirklicher Top-Klub mehr, aber große Namen dabei, also scheinbar gute Arbeit, haben doch noch jemanden geholt, defensiv variabel einsetzbar, merkt man es so wichtig wie nie gefühlt, was da wieder alles ausfällt, zumindest kommt ja Kaminski wieder zurück, glaube ich, in der Woche, zwei oder so seid ihr glaube ich wieder spielen könnt auf jeden Fall oder vielleicht schon früher, bin ich jetzt nicht hundertprozentig up-to-date, genau, dann gibt es zu Leverkusen noch einen Preview-Podcast sowie Trailer, sowie Stream-Ankündigung, aber wisst ihr ja, Spielbeginn um 18.30, dadurch wird der Stream auch so um 18.15 oder sowas anfangen, kurz auch schön durchgeht und dann Abfahrt und dann würde ich sagen, da ich bestimmt irgendwas vergessen habe, gehe ich mal davon aus, oder man vergisst selber irgendwas, schreibt da mir rein, Feedback, was zum Podcast, zum Kanal, wie auch immer, aber noch viel mehr zum Spiel, wie ihr es fandet, Themen zum Spiel, was wichtig war, was interessant war für euch und dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.